Musik 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 So Hä? Hä? Was war denn das jetzt? Unnötig Musik So warte Absorb... Äh Schutz So Musik 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 Ah Das ging ja schnell Musik 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 Du hast also Boba Fett getroffen? Ich bin beeindruckt. Einmal auf Coruscant stolperte ich über ihn und kam nur knapp mit dem Leben davon. Den will man nicht als Feind, aber jetzt haben wir beide was gemeinsam. Wir brauchen dich sofort hier an der Akademie. Alles klar. Ich spüre viel Gutes in dir. Bleib auf deinem Weg und du wirst ein wahrer Jedi. Ja, mehr kann ich da ja auch nicht einsetzen, ne? Die Zeit ist gekommen, den jüngern Ragnos ein Ende zu machen. Ich glaube, Tavion speichert Machtenergie zu genau einem Zweck in dem Zepter. Um Marker Ragnos wieder zu erwecken. Ist das möglich? Die Macht besitzt viele Geheimnisse. Es kann möglich sein, dass die Zellen sich regenerieren und der Tote aufersteht, wenn man eine hohe Konzentration von Machtenergie durch seinen Körper strömen lässt. Wir müssen sie aufhalten. Das war kein Scherz? Also geht's nach Corriban, was? Nicht gerade ein Ausflussziel. Corriban? Nie was von gehört. Ist die Begräbnisstätte von unzähligen Lords der Sith. Wenn Ragnos wiedererweckt wird, kann niemand sagen, was er anrichten kann. Wir brauchen all unsere Stärke, um ihn zu stoppen. Also mich. Wir geben es nicht gleich nach, Corriban. Ich habe einen Notruf von Roche empfangen. Roche? Wo ist er? Man hält ihn auf Tespier 3 gefangen. Ein Planet des Imperiums. Ein echtes Paradies. Wie hat er eine Nachricht senden können? Weiß ich nicht. Aber wir können ihn nicht dort lassen. Roche könnte noch zur dunklen Seite gehören. Das ist vielleicht eine Falle. Könnte sein. Aber ich will ihn nicht sterben lassen, falls es keine ist. Kyle, was ist mit Ragnos? Wir müssen doch nach Corriban. Mit etwas Glück treffen wir auf die anderen, bevor das Feuerwerk losgeht. Wenn du mir nicht helfen willst? Nein. Ich komme mit. Hm... Na ja, den... Na, okay. Na gut. Roche zu helfen ist zwar nicht... Ja... Nummer 1 meiner To-Do-Liste, aber nein. Ich gehe von hinten rein. Wenn wir uns von beiden Seiten nähern, müssten wir ihn finden. Äh, so schön. Dann... Alter, was für eine Suppe. Ich mag zwar Nebel und so weiter, aber... Gelb... Gelb ist nicht so... Mein Favorit. Äh... Lass mich raten. Hier ist zu. Weil das ist rot. Richtig. Ah... Ich wette, wir werden mindestens einmal in die Lava stürzen. Warte, warte. Warte. Danke. Entschuldigung. Geht's hier raus? Ah, Aufzug. Gut. Da gehen wir gleich hin. Äh... Hier geht's raus. Hier geht's nichts von... Okay, alles klar. Ich glaube, wir müssen Aufzug nehmen. Wir nehmen mal den Aufzug. Ich glaube, wir müssen raus. Der Aufzug geht nicht. Ja, klar. Wer baut das hier? Ist das heiß hier? Sehr schön. Oh, sogar mit ein... Und das da? Habe ich schon. Okay. Wow! Was machst du denn da? Was machst du denn... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Boah, war das fies. Fixa. Entschuldigung. Ich sollte mal auf meine Zunge aufpassen. Zum Glück haben wir das gesehen. Ha! Ha! Gut. Achso, hier geht's gar nicht rein. Na dann. Nein, warte. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein Kuckuck, 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 was auch immer das ist, ähm, ja, bla bla bla, äh, ich, ich wollte eigentlich, äh, so cool hochgehen, aber, also, so wie sie es gemacht hat, nur, ich wollte, so, aber, war anscheinend zu viel verlangt. Bist du dir sicher, dass du das willst? Ah, scheiße. Ja. Bist du nicht stehen? Ja. Ja. Oder was? Nimm sie fest. Ein Eindringling. tschuldigung ich kann es einfach nicht lassen so wo müssen wir hin hier sind wir ok wahrscheinlich dahin wo die Bösen waren ok sehr schön sehr schön sehr schön so es war immer das Blöde bei der Absorption oder wie das heißt das Blaue dann letztlich eben meine macht nicht mehr auf also ich habe die Absorption falsch oder zu spät gemacht so schön alles aufräumen so gut dann geht es mal weiter gut noch nicht ganz aber ja speichern wir trotzdem mal aufzug da geht es los so 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 Die wissen, dass Herr Vorderseitmarsch war. Dafür wird man dich exekutieren? Ach, nein. Das weiß niemand, dass ich es will. Das wissen die. Jede Waffe hat eine Ortungsfunktion. Die Orangigen können genau sehen, wo und wann du deine Waffe benutzt hast. Du musst setzen. Ähm, ich muss da mal was überprüfen. Ist da jemand? Was war denn das? Oh. Aaaaahhhhhh! Ah! 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 Ahhh! Ah! der toll baut man die die Brücke neu wie praktisch wir haben praktisch aber man ich habe keinen keine macht mehr 3 MDR nur ein Läulein Läuleus 5 so 7 Sprecher kann verdammt jetzt okay jetzt ist die frage wohin muss ich habe ich von dem schwarzen jetzt die habe ich immer noch so von von dem offizier da das ein böse jetzt hat der toll gut karte und auch da ich versuchte die ganze Zeit den runterzuschmeißen du bist der hat das über das soll da ist gar kein dauer wieso mache ich das nicht immer so wenn ich hier irgendwas machen nein so machst du das nie schade dass hier kein versteck ist naja ok alles gern so ach komm ach jetzt muss ich hier rum ah ja ok alles gern da alter warte und jetzt kämpft gegeneinander oder bleibt man verstehen mir wünscht und sei dank diesmal läuft dann gehen wir mal hoch nein 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 ja ja ist hier gut ich sehe dich auch sagen speichern und das ist ein süßer der nur ein Lichtschwert hat okay nicht überraschung ich hab doch zwei der ist gestorben weil ich ihm auf dieser Entfernung ein Lichtschwert in in sein Gemächt geschmissen habe in 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 Schamke man schafft mich nicht Entschuldigung du hast mir zuteil erschrocken ich glaube ich ich lass mal die Idee Dich tritt an Haha cool Warte ich mach mal den zuerst Wie lange brauchte er um den zu töten Ich weiß wo du bist Ich würde so lachen Wenn der den jetzt töten würde Jetzt ein bisschen überfordert oder? Ups Na gut Dann machen wir mal ernsthaft jetzt ne? Jetzt Jetzt Ja ok Ich habe keine Macht Meine Güte Der war echt Widerspenstisch So Na nur 90 Leben Und 100% So Dann wollen wir mal Du wirst sterben Hast du Angst vor mir? Jaja 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 Alter Danke Danke Oh Ich habe gerade ein Jünger Jünger Es ist Jünger Platt gemacht und der greift mich damit einen süßen kleinen Dinger an Naja Hier Wunderbar Vielen Dank.